Ja hallo, hier ist wieder Crello, ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Wir sind in Folge 17 und machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich habe hier aus irgendeinem Grund eine Rohrbrücke vergessen. Oder eine Grasbrücke, wie sie genau heißt. Ja, das wollen wir mal direkt nach. Ja, gleich zu Beginn die Bitte, wenn euch das Video gefällt, ihr könnt gerne auch jetzt schon den Daumen nach oben drücken oder ihr macht es am Ende des Videos. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr Tipps habt oder dann wünsche ich, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es ein bisschen Feedback von euch gibt. Macht das schon sehr gut, aber da geht immer noch ein bisschen mehr. So, wir haben wieder veredeltes Metall. Das heißt, wir können jetzt hier eine Automation machen. Und zwar brauchen wir hier einen Gaselement Sensor. Den bauen wir hier. Und was wir dann hier eigentlich auch noch bräuchten. Ja, das müssen wir hier nochmal ein bisschen anpassen, den nochmal zerlegen. Und dann bauen wir die Gasleitung hier oben rum. Bauen automatisiertes Gasventil. Und dann kommt der Gasausgang hier. Ich glaube, das gute Ding braucht auch Strom. Die brauchen beide Strom, ok. Wir sollen sie bekommen. So, ich wollte es schneller machen, nicht pausieren. Und wenn wir mal hier überall draußen sehen, dass wir das gleich schnell fertig machen können. CO2 läuft hier schon. Sehr gut. Muss das natürlich noch abgeschlossen werden. Schaden wegen falschem Element. Das kann natürlich sein, dass hier auch hier brauchen wir eine Automation. Ja, lassen wir die mal eben bauen. Dann starten wir hier mal die letzte Forschung. Ich glaube, Zyklus 149. So lange habe ich da noch nie für gebraucht, da habe ich alle Forschungen abzuschließen. Das ist definitiv ein Negativrekord. Hier haben wir Erdgas, ok. Ja, da kommt alles hier rausgekommen. Blöd. Wieso sind hier Keime drin? Hey. Warum kommen die dann überall her? Wenn wir hier noch verkeimte Sachen legen, naja. Da kommt jemand. Das ist aber noch sehr langsam. So, nur laufen bei über 1000 Gramm. Und jetzt können wir eigentlich die Tür in diese Richtung abschließen. Damit, wenn wir hier dann das CO2 mal raus haben, auch nichts Neues wieder dazukommen. So, das hier funktioniert schon mal. Muss ich irgendwie überlegen. Automationskabel. Ne, ich muss das wahrscheinlich mit einem Nicht-Gitter machen, glaube ich. So, diesen hier stellen wir auf Kohlendioxid. So, fertig. Nein. So, und solange er jetzt hier kein Kohlendioxid feststellt, hier Sauerstoff ist, lasst er Kohlendioxid rein. Das müsste eigentlich perfekt funktionieren. Dann können wir hier jetzt nämlich ein paar Kühlschränke aufstellen. Okay. Ähm. Achso. So, vielleicht sollte ich zu Beginn dieses Videos eben sagen, ich habe das schon am Mittwoch mit aufgezeichnet, zusammen mit Folge 16, also direkt im Anschluss, dass ich alles, was ihr zu dem Video geschrieben habt, hier leider nicht berücksichtigen kann. Also, vierteilt mich bitte nicht, wenn ich Fehler, die ich im letzten Video schon gemacht habe, mich darauf hingewiesen habe und ich die hier immer noch mache. Das war keine böse Absicht. So, hier haben wir noch mehr Eisenerz und auch wir haben hier noch einen weiteren Störungsfried wollte ich gerade sagen, das kann ja auch etwas nützliches sein, müssen wir mal schauen. Aber, was wir auf jeden Fall machen werden, ist jetzt die Leiter hier runter verlängern. Endlich. Kerstin ist hier am Tunen. Gut, äh. Oh, wir haben hier bald tatsächlich mal geschafft aufzufüllen. Temperaturtechnisch ist hier alles gut. Strom brauchen wir da nicht, aber was wir hier einstellen können. Essbares, alles da rein. Hochzutaten. Graupel Weizenkorn gerne, Pinscher Pfeffernuss und so Dornenbären macht eigentlich nicht so viel Sinn. Hier einzulagern, weil die wollen wir ja da verkochen. So, Einstellungen übertragen. Hier können wir noch mal was verbessern, glaube ich. Hier können wir noch mal was verbessern, glaube ich. Das CO2 vorrangig hierhin geht und nicht sich aufteilen. So, jetzt sollte das. Genau. Läschen. So, dann würde ich gerne spieren. Können wir wohl da machen. Können wir auch einen Flugschrank aufstellen. Können wir auch einen Pinscher Pfeffernuss und Dornenbären rein. So, hier. Können wir da auch mal aufräumen. Weil dieses soll ja unser maler Speisesaal werden. Dieses Rohr hier hat keinen negativen Einfluss. Okay. So. Und was machen wir denn hier mit? Also hier könnten wir mal hingehen und testen, wie gut isolierte Ziegel aus Granit sind. Okay. Ähm. Vier Felder hoch. Oh. Geht das Granit aus? Ja, dann machen wir das auch hier nicht. Dann sparen wir uns Granit lieber für was anderes. Ähm. Dann nehmen wir dafür mal Magmatit. So. Erstmal fangen wir dort mit. Hm. Dann müssen wir hier ja auch wieder unser Schornstein System installieren. Das kennen die, die die Cosmic Upgrade Serie hier schon gesehen haben. Die kennen das wahrscheinlich noch. Für alle anderen wird das dann neu sein. So. Kochzutat. Fincher Pfeffer Nuss essbar Dornenbeere. Bitte dort rein. Das ging schnell. Ist die Leitung hier? Wir müssen die Stromleitung, die habe ich ganz vergessen. Müssen wir noch zu Ende bauen. So. Damit wir unser Chlor hier auch noch benutzen. Auch hier kommt eine Automation noch ein. So. Okay. So. Gas hier. 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 Oh ja. Die ersten sind bald schon leer. So. 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 See you. So. How about when horse가요? So. That's all. So. So. So chiness. So. 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 Hier haben wir schon mal eine ganze Ecke Öl. Ach hier ist noch ein Slickstar. Ich wollte gerade sagen, ich sehe schon wieder nirgendwo Slickstar. Aber einer ist noch da. Nur laufen bei über 1000 Klubben. So, los gehts. Gut, gut, gut. Dann können wir uns hier an unserem Essenssaal machen. Wie groß sind wir denn jetzt hier überhaupt? Kein Raum. Kein Raum ist es schon aber ein sehr großer. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen mal... Wie groß ist denn das hier? 17, das ist nicht sehr... Ich muss aber erst mal erreichen. Lukas war der mit dem schlechten Athletikwert. Fertigkeiten. Warum bin ich dann Athletik-1? Ja. Das geht aber in die richtige Richtung. Ich glaube wir werden hier nochmal... Ein bisschen was anders. Das brechen wir ab. Den zerlegen wir nochmal. Die Leiter hier hinten. Bauen wir dort nochmal neu. Okay. Wird auch nochmal zerlegt. Die Pflanze da buddeln wir aus. Um hier auch Granit zu bauen. Und dann können wir hier oben nämlich... Das auch nochmal um zwei Felder verlängern. Und hier die Türen hin. So und dann... Kantinentisch. Eins, zwei, drei... Hier vorne... Kommt die erste Skulptur hin. Dann kommt dort... Hier gehört dann der... Da, der Wasserkühler genau. Nahrungsmangel. Was ist denn hier los? Ich glaube wir haben nicht mehr genügend Dornen. Wir müssen mal einen Moment abwarten. Ob wir gleich wieder mehr haben. So. Ein, zwei, drei, drei, vier. Dann bauen wir wieder eine Skulptur. So. So. Dann haben wir wieder eine Skulptur. Dann haben wir noch 14 Plätze. Die wir momentan erstmal brauchen. Und dann noch die Bärer. Und da geht auch ein sehr schnell. Und dort kommt auch ein sehr schnell. Und dort kommt auch ein sehr. So. So. Wenn wir schon mal dabei sind. Die Leiter kommt noch mal weg. So. Warte mal. Wasser. Wasser haben wir. So. Raum ohne große Halle. Sehr gut. Dann könnten wir jetzt. Hier hingehen. Und die allesamt. Belegen. So. Beiden hier. Entfernen. Und die bekommen dann hier ja gleich alle. Neue Tische. Ja. Sehr schön. Das funktioniert. Ähm. So. Machen wir weiter. Äh. Das hier ist noch in Arbeit. Fertig. Das hier ignorieren wir erst noch mal ein bisschen weiter. Achso. Genau. Was ich machen wollte. Ich wollte den Brennofen endlich aufstellen. Das hätten wir schon längst mal machen können. Und zwar. Äh. Wo haben wir denn am einfachsten auch Sturm. Ja. Hier hin. Baile. Brennofen. Besser eine zweite Algendistille hinstellen. Nein. Kommt. Ist egal. So. Und. Leiterkabel. Der braucht gar keinen Strom. Stimmt. Aber hat der denn nicht einen Lüftungsanschluss? Nein. Auch nicht. Okay. Hm. Nehmen wir mal Kohle oder Kohle direkt. Bei egelter Kohlenstoff. Wohin braucht er den dann auch mal nicht glaubt. Du bist da so spontan. Gar nicht. Jetzt machen wir jetzt erstmal. stoppen mit den drei tonnen das war der stein zermaler für die eierschale da können wir es auch noch lassen aber wir stellen das mal auf fünf runter müssen wir den stein zermaler doch noch mal wieder bauen um aus der eierschale kalt zu machen für den moment annehmbar das haben wir überall gut im griff aber wir haben die berufe noch sehr niedrig also ist das eigentlich kein maßstab ist schon erdöl vorkommen das ist auch gut berg das ist noch mangelbar haben wir schon irgendwo noch einen weiteren geysir gefunden ja ich weiß wo noch einer war hier ne da hier unten die richtung können wir mal vorarbeiten machen wir es mal einfach von hier so kommen wir hier nach unten hin und dann schauen wir mal was wir da gleich finden der kann arbeiten der kann auch arbeiten strom ist alles gut nahrungsmodell glaube ich wir bauen tatsächlich immer noch zu wenig an in Schäfer von Müsse haben wir Reserven aber wir haben zu wenig Dornenbären also macht es nicht Sinn noch mehr Dornenbären anzubauen sondern wir müssen uns um die Viehzucht kümmern ich glaube dass wir dafür hier den Bereich nutzen können wir hier anfangen unsere Bereiche zu bauen das kann man Schreie haben da kommen wir von der Seite ran und dann müssen wir hier die Leiters hier hoch bauen das graben hinterlegen mit dem und die 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 nur die 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 so wen hatten wir denn für die vieh zucht vorgesehen und ja mal in schlauen zettel schnell schauen siki anton und lukas glaube ich mach den doch viel züchter wer hat dort ein herzchen juli nato und cat black aber cat black muss erst mal noch den landarbeiter lernen damit sie da überhaupt hin können sie hatten wir gesagt hat black und nato das sind die drei ich kann hier unten erst obwohl wir könnten schon mal die pflege station auch bauen hier und da hat der tierfütterer genau glaube ich glaube das bauen auch ganz schnell die sind also nicht mehr so wirklich ausgelassen wie sie es mal waren macht dann eigentlich sehr gut dauerstoff ist vorbildlich temperatur ist teilweise kühl aber eigentlich nirgendwo wirklich zu kalt die sind alle mit sauerstoff gefüllt tierfütterer das hier wird der bereich für hedges und die sollen bitte essen sandstein oder magmatit kann er dasselbe essen landstein und dann haben wir noch den salve hedge finde es immer sehr nervig dass das jedes mal nach oben zurück springt so das geht gar nicht halve hedge was gehen wir dem denn schwierig ich bin jetzt mal noch gar nichts wir sollen noch mal so geht wieso noch kein auftrag gegeben ist kann es aber nicht gebaut werden und dann würde ich jetzt hier gerne hinlegen er hingehen und die leitern noch zu legen und dann kommt dort rein unser tieraussetzer rein unser tieraussetzer rein unser tieraussetzer aufräumen wird da noch so rumliegt so hedge, hedge, hedge schlägen so hedge, hedge schlägen müssen wir sie noch einfangen wo haben wir dann welche da ist eins salve hedge, lassen wir mal stein im moment, aber das ist ein stein hedge 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 das sehe ich gerade im moment nicht bestimmt noch mehr aber ich habe jetzt auch nicht so ganz genau hingeschaut so und diesen muss man noch also er ist auf co2 ja ich würde mal sagen das funktioniert doch ganz gut ja ich würde mal sagen das funktioniert doch ganz gut ja dann kommen wir dann hier nach den zweiten auf beiden ach so wie groß ist das überhaupt, habe ich jetzt gleich drauf geachtet 92 Felder, ah das wäre, hm, dann ist das genau 96, ja das hatte ich auch glaube ich irgendwann mal abgezählt, naja, das habe ich schon mal abgezählt hier kann man dann noch einen planen und bauen so ja, können sie sich jetzt nochmal richtig austoben und dann müssen wir uns demnächst an unsere ja, Fleischstation so will ich es immer wieder nennen ja, ich denke aber das ist Thema für das nächste Video ähm ja das denke ich werden wir jetzt im nächsten Video machen ja, dann auf jeden Fall danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt ähm wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, ich sag danke und bye bye bye